hey leute grüßt euch folgendes problem meine volar m 400 die uhr habe ich jetzt schon locker drei jahre super oft im einsatz und der akku ist tot das band fällt fast auseinander und die sieht halt wirklich abgeranzt aus und da habe ich einfach mal eine neue geholt und die ist genau so das ist die schöne wohnen schön Schön. Aus. Cool. Cool. Habe ich. Genau das werde ich haben. Leutepunkt. Die Kurs. Jawohl. Auflegen. Piep piep. Sehr schön. Weil die 400er. Die hat über USB. Das nervt mich immer. Nach dem solchen. Jetzt nicht. Ja. Wie man es so sehen kann. Ist. Eigentlich von der Abmessung her. Genauso groß. Nur. Ja. Schreibe ich nur gerade aus. Mit der Spannkreis. Ich weiß nicht. Jetzt kommt es durch. Der Kuss. 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 Das ist ein bisschen lustig sein. Ja, das ist eine SM. Ich bin da. Ich bin da. Fuck. Das ist natürlich jetzt zu der Scheiße. Obwohl. Ja gut. Nee, das passt. Ich hab ja noch 1, 2, 3, 4. Schlafen hab ich noch. Boah. Letzte. Letzte Hülle. Ich hab doch nicht solche großen Augenlänge, oder? Ja. Ich bin so gut. Da kann ich noch mal anders bauen. So laut. Ja, ja. So viel. Ja, so ist in Ordnung. Vorher abziehen. Cool, dann müssen wir das Ding einrichten. So schaut's aus, ne? So, ich kann die Uhr jetzt noch nicht einrichten, weil da... Ach gut, noch nicht, ne? Und das kommt dann im Teil 2. hat hat ک